Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, hatten schon angefangen ein paar coolen auszuheben für unsere wunderschöne Farben. Bloß ist das alles noch nicht so, dass wirklich wahre, das ist noch nicht wirklich fertig. Da kann man bestimmt noch was tun. Was haben wir denn alles dabei? Zaun. Warum haben wir so viele Zauntore? Gut, das können wir machen. Wir könnten aber auch, da muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt ein bisschen mehr Lust zu, gucken, dass wir wieder im Netto uns in eine Richtung vorarbeiten und eine neue Welt entdecken. Ja, sozusagen wieder ein schönes Netto-Portal bauen. Alles okay. Alles okay. Ja, und das wäre doch eine Option. So, Ente ist auch da. Und ja, das ist Müzil, nicht Lapislazli. Ich habe den Kommentar gelesen. Keine Ahnung, warum ich da Lapislazli gesagt habe. Das ist alles eins, also ein komisches Zeug. Das ist also, keine Ahnung. Das war irgendwie so diese Intention dahinter. Und darum habe ich das auch gesagt. Komisch. Ich weiß, aber ist so. Viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Aber trotzdem. Im Moment, Pfeile kommen da nicht rein. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Steine, und dann würde ich auch das Loot-Schwert wieder weglegen. Das Gute, das brauchen wir ja nicht im Nähter. Pfeile können wir allerdings sehr gut gebrauchen. Äh, warum hab ich... Ja, so, da. Ja, okay, ähm... Stein, 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 Stein. Hm, so viel Stein ist das gar nicht mehr, ne? Ich meine, wir können einmal mitnehmen, so. So. Jetzt haben wir einen Steck Steine. Toll. Okay. Hm... In diesem Fall sagt mir die Planung dann doch was anderes. Wir werden dann mal kurz die Spitzhacken tauschen. Mich auf die Guten wechseln und dann heute einfach mal ein bisschen Steine sammeln. Beziehungsweise vielleicht auch ein paar Diamanten, ne? Weiß ja nie. So. Jetzt brauchen wir einen Nachtsichttrank. Wahlweise auch zwei. Haben wir hier noch einen rumstehen? Nein? Doch, hier haben wir noch ein paar. Sehr schön. So, Nachtsichttränke. Tränke der Heilung brauchen wir da, denke ich mal, nicht. Aber wir können hier gleich mal noch so einen Nachtsichttrank in Arbeit geben. Ein bisschen Fleisch. Fleisch können wir eigentlich auch ein bisschen mitnehmen. Ja, bevor die Hundis hier total durchdrehen. Wau, 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 wau. Und... Vorher gehen wir nochmal schlafen. Denn draußen, habe ich schon gesehen, ist es wieder dunkel. Auch die Uhr sagt Schlafenszeit. Und die drei Köpfe vom Neter... Vom Widder... Vom... Vom Neter... Ja, vom Neter... Widder. Oder... Keine Ahnung. Die sagen auch, mach das mal. So. Gut. War jetzt eigentlich Quatsch, dass wir schlafen gegangen sind. Weil wir gehen ja jetzt eh unter die Erde. Aber egal. Aber ich glaube, wir werden nicht hier nur unter die Erde gehen. Sondern wir werden uns einen ganz neuen... Minenschacht bauen. Das ist, denke ich mal, eine Möglichkeit. Oder ein Denkansatz. Vom Feinchten. Juhu. Ja, Myzil. So. Jetzt guckst du doof. Okay. Ist aber nicht schlimm. Wir gehen einfach mal in Richtung unseres NPC-Dorfs. Was ja hier gleich um die Ecke ist. Und gucken mal, ob wir da... Da haben wir ja noch diese gute alte Mine. Ob wir vielleicht der irgendwas anfangen können. Oder vielleicht sogar irgendwas cooles entdecken. Also so ein Minenschacht oder sowas. Das hat man auch lange nicht mehr. Und da hätte ich jetzt auch irgendwie ein bisschen Bock drauf. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. So, die NPCs laufen ja hoffentlich nicht in die Mine rein. Sollten sie zumindest nicht. Wenn auch überhaupt welche da sind. Ja doch. Ein Blumenmeer. Toll. So. Ist das... Was ist denn das? Das ist die Haltbarkeit. So. 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 dass jetzt in erster Linie erst mal weniger spannend ist als das mit Neter, aber wir können ja schlechtem Neter mit Stein bauen, wenn wir keinen Stein haben. Das ist so das altbekannte Minecraft-Problem. Geht nicht, weil wegen ist nicht. So. Ja, geht nicht, weil wegen ist nicht. Diese Formulierung ist grammatikalisch komplett korrekt. Keine Frage. Also jeder, nee, natürlich ist das totaler Müll, was da erzählt wird, aber es klingt halt wegen und so. So wie hier heute gesprochen wird, heutzutage. Aber da spricht auch fast jeder so. Wegen und so und so. Ich glaube, gesellschaftskritisch. Dabei möchte ich wieder einmal auf die Gesellschaftskritik des und so hinweisen, denn das und so in seiner eigentlichen Form wird von vielen gar nicht als dieses Angesehen. Ich habe immer geredet, wie der Blödsinn. So. Und so, meine ich, natürlich. Ja, noch ein bisschen tiefer. Es wird ein tiefer Minengang, aber ja, damit haben wir ja Erfahrung. Wir wissen ja, wie wir es machen. Warum machen wir den eigentlich dreiebreit? Aus irgendeinem Grund? Und ich weiß es nicht. Weil wegen Gründe und so. So nach dem Motto, warum machst du das? Fick dich deshalb. Nein, das sagt man natürlich nicht. Oh Gott, ich will das. Sag das ja nicht zu Leuten. Leute, 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 Leute. Ja, es ist. Man könnte meinen, es gehört zu gesellschaftlichen nicht wirklich dazu, wenn man Leute mit Fick dich deshalb anreden. Obwohl es schon irgendwo lustig wäre. Einfach dreiste Antworten geben. Es kommt auch immer darauf an, wem man dreiste Antworten gibt. Muss ich auch immer feststellen. Weil Antworten, ich meine, manche Personen haben es echt verdient, aber bei anderen, gerade so bei älteren Leuten, überhaupt Leute, die älter sind als man selber. Das ist so ein Ding, ich weiß nicht. Nicht jeder von denen hat Respekt verdient. Das ist auch wieder wahr. Aber vom Grundsatz her sollte man eigentlich so vor wie, oder so denke ich mir, so ist meine moralische Einstellung, erst mal die Person kennenlernen. Und wenn sie älter ist als man selber, dann vom Grund auf der Person erst mal Respekt zollen. Wenn man dann merkt, das ist ein totaler Vollhorst, dann kann man das auch lassen. Aber vom Grundsatz her, erst mal ja. So, so wird er jetzt gelandet. Hallo? Das ist aber eine schöne Schlucht. Nicht. Ich kann ja richtig viel. Nicht. Hm. Schade. Ich dachte, wir haben jetzt was Cooles entdeckt. Hm. Menuh. Na gut, dann heißt es halt weiter runter. Huch, da haben wir einmal zu viel abgebaut. Ja. Wie sieht es denn mit den Steinen aus? Die Steinreserven wachsen und wachsen. Sehr gut. Oh, geht es hier doch noch weiter? Ne. Aber ich höre Zombies. Aus irgendwelchen Gründen. Obwohl es da nicht weiter geht. Und... Hm. Minecraft Musik könnt ihr eigentlich auch mal spielen. Jetzt haben wir natürlich keine Schallplattenspieler hin. Jetzt haben wir ja natürlich ein bisschen Schallplatten verwöhnt, ne? Und jetzt machen wir hier hin. Ah, ich höre Zombies. Das bedeutet, die müssen ja hier irgendwo in der Nähe sein. Logischerweise. Also, sollte zumindest logisch sein. Wenn wir Zombies hören, dann sollten wir hier in der Nähe sein. Gut. Das trifft nicht immer zu. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man ein Mäu hört, dann muss nicht unbedingt eins in der Nähe sein. Ja, diese Stimme in meinem Kopf. Die reden den ganzen Tag mit mir. Ah. Aber okay. Das gehört anscheinend auch dazu. Ich meine, ein bisschen verrückt sein muss ja jeder. Ich meine, sonst würde man in einer komplett verrückten Welt... Wenn man in einer komplett verrückten Welt nicht ein bisschen selber verrückt ist, geht man doch unter. Oder? Also, so geht es mir zumindest oft. Da denke ich mir, Mensch, wenn du nicht selber blöd wärst, dann könntest du das ja nicht aushalten. So, natürlich bauen wir mit unserer Effizienz-Spitzhacke Kohle ab, weil das effizienter ist. Kriegen wir mehr Kohle raus, obwohl wir nicht unbedingt mehr Kohle brauchen, aber wir machen es trotzdem. Weil es schön ist. Erfahrung gibt es dann auch nochmal ein bisschen. Ist auch schön. Da freut man sich. Zack. Und hier drin leuchten wir nochmal aus, dass da keine Viecher ausbauen. Ups. Und dann machen wir hier wieder dicht. So. Ah, das geht auch noch nicht im Plan. Und dann weiter runterarbeiten. Vielleicht finden wir ja sogar den Punkt... Wo die Zombies sind. Wo dann so eine Höhle ist. Oder vielleicht sogar eine Mine. Das wäre echt geil. Voll Knorke wäre das. Sagt man das eigentlich noch heutzutage? Knorke? Ist das noch ein Wort? Ich weiß, das hat man früher gesagt. Damals, als ich noch jung war. Da hieß das Ganze aber auch noch Reichsjugendbeutel. Und ich happy mir. Oh ne, blöde Witze aus dem Internet. Die sind echt doof. Oh, Mann. So. Zombies sind immer noch da, oder? Haben die schon das Interesse verloren, rumzuknoren? Hören tue ich sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Hallo, Zombies. Seid ihr noch da? Also, ich bin noch da. Halt, dann kann man hier auch noch eine Fackel hinsetzen. Damit das alles schön gleichmäßig ist. Symmetrisch. Hier kommt auch ganz schön viel Erde bei rum, muss ich gerade feststellen. Warum ist hier eigentlich so tief in der Boden noch Erde? Also, so tief in der Erde noch Erde. Und warum kann ich da oben nicht sehen, ob Tag ist oder nicht? Hm. So viele Fragen, auf die wir nie eine Antwort finden werden. Ja gut. Warum hier Erde ist, das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Vielleicht, weil es immer noch das Bergbiom ist. Oder, ich weiß es nicht. Wir sind ja auch schon wieder ein bisschen tiefer gekommen jetzt. Was so die allgemeine Höhe angeht. Ja, wir sind tiefer, was die Höhe angeht. Ne, was so unsere Mine angeht. Irgendwann müssten wir ja dann auch mal auf den Bad Rock stoßen. Also auf diesen, wie heißt denn das? Das ist deutsch. Nicht Bad Rock, sondern also das heißt nicht auch Bad Rock, oder? Ich weiß nicht. Wie heißt denn der? Menugo. Ich komme jetzt selber noch gar nicht drauf. Totale Verwirrtheit. Ja doch, ist okay. So. Ne, ich dachte gerade, ich hätte Lava gehört. Oh, okay. Keine Lava. Lava nicht. Ich brauche lieber ein bisschen Kohle ab. Oh, was ist das? Eisen. Fantastisch. Oh, was ist das denn? Amnesiesteine. Fantastisch. Oh, was ist das denn? Amnesiesteine. Fantastisch. Jedes Mal, wenn man sie abbaut, vergisst man wieder, dass man... Ja gut, willst du es denn doof, wenn man sie erklären muss. Ich weiß. Es tut mir leid. So. Ah. Wir sind unten angekommen. Auf der untersten Ebene. Wie man unschwer erkennen kann. Tada. Ne, ist das auch nicht Endstein? Wie heißt denn das? Meine Güte. Diese olle Doofstein. Doofstein. Wir nennen die jetzt einfach Doofstein. Oller Doofstein. Das ist ein guter Name für die... Weil wir die nicht abbauen können. Ja genau. Und dann ist das jetzt der olle Doofstein. Jetzt wird es ja auch ein bisschen dunkel. Aber da habe ich auch ein Rezept gegen. Ich verschreibe ihnen eine Dosis Fackeln. Davon nehmen sie einmal alle paar Blöcke. Eine. Und dann wird es wieder hell. Doktor Minecraft. Gibt es bestimmt auf YouTube. Wette ich. Ich meine, wenn es selbst einen Doktor Mario gab. Oder gibt es. Dann gibt es auch bestimmt einen Doktor Minecraft. Der alle möglichen Probleme zu Minecraft löst. Oder es zumindest vorhat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe selbst nicht nachgeguckt. Das ist jetzt einfach bloß pure Theorie. Wette aber, dass es so ist. Also es würde mich wundern, wenn es in dieser heutigen Zeit nicht sowas gäbe. So, haben wir denn eigentlich genug, um aufzusammeln? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Oh, da kommt wieder Kohle. Huch. Ja, wir sammeln die Kohle einfach so ein. Genau mal. Schlau. Den einzigen Slot, den wir noch frei haben. So, hier. Zack. Und. Zack. Ein bisschen Kohle können wir noch mitnehmen. Zack, 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 zack. So, Diamanten sieht es hier irgendwie gerade ein bisschen mau aus. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Ein wenig. Redstone brauchen wir nicht. Obwohl, warte mal. Wir machen es mal ganz anders. So. Nicht der Redstone in der Ecke. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. Da können wir noch ein paar Steine mitnehmen. So viel wie möglich hier aus dieser Mine rausholen. Das ist die Devise. So. Ist das dann so eine Art Strip Mining, was wir jetzt hier machen? Ich meine, wir bauen ja eigentlich nur im großen, großen Stil Steine ab. Wir suchen ja nicht wirklich nach Mineralien. Also nicht direkt. Vielleicht so als kleines Nebenprodukt. Wenn wir da auf Diamanten stoßen, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Aber so. Gut. Eisenerz ist auch was Feiles. Können wir auch mitnehmen. Denk ich mal nicht das Problem. So. Fallen hier, wenn es ein bisschen mehr ist. Und da können wir schon gar nicht mehr aufsammeln. Eui. So. Hier. Feile brauchen wir nicht. Weg damit. So. Ja, die Feile brauchen wir tatsächlich nicht. Durch die Monsterfalle, die wir da gebaut haben, kriegen wir ja immer genug Nachschub. Ja, früher. Oh nein, Feile. Wie sollen wir nur gegen Garst kämpfen? Heute? Ja, Feile. Ja, schmeißen wir aus. Dafür nehmen wir ein paar Steine mit. Meine Güte. Eigentlich echt kurios. Aber so ist der Lauf der Dinge. So wandelt sich das alles. Hier können wir mal wieder ein paar Fackeln setzen. Und Tuck. Und Tuck. Wir sind auch schon ganz schön lange unterwegs hier. Schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir vielleicht so tatsächlich eine Mine finden oder sowas. Das wäre cool gewesen. Ach, was hätte ich mich gefreut. 64 voll? Haben wir? Nein. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt ist voll. Alles voll. 62. Was? Belogen wurde ich. Belogen und bedrohen. So. 64. 64. 64. Alles voll. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück. Jetzt, wo wir so viele schöne Steine haben, dann können wir auch damit arbeiten. Haben wir quasi diese Folge nur vorbereitet. Für die nächste Folge dann. Dann können wir in der nächsten Folge in den Neter gehen. Jetzt erstmal hier diesen wunderschönen Gang hochhüpfen. Der eigentlich wieder so aussieht, als ob wir hier runter gehen und die Fackeln einfach bloß schräg hängen. Wir hüpfen jetzt hier so Stückchen für Stückchen runter. Das ist eigentlich voll verwirrend. Voll der Mindblow hier. Wenn man sich da so, oh wow. Und jetzt springen wir hier runter. Weee. Nein. Oh, es ist Nacht. Oh, es ist Nacht. Nacht ist irgendwie doof. In der Nacht kommen Viecher und wenn die Viecher kommen, dann sterben Dorfbewohner. Das wollen wir vermeiden. Darum gehen wir erstmal schön schnell schlafen. Ja, da sind schon die ersten Viecher. Ich habe schon die ersten Zombies gehört. So, das bedeutet, wir müssen auch nochmal kurz hier im NPC-Dorf auf Zombie-Jagd gehen. Hallo? Ja, genau das. Hat der Eier eingesammelt? So ein frecher Lump. So, du kommst auch mit, du olle Kackspinne. Und nochmal ein leckeres Steak essen. Ja gut, der Eisengollern passt ja auch auf einiges auf. Also daher, der nimmt uns auch noch ein bisschen Arbeit ab. Trotzdem will ich mich nicht zu 100% auf ihn verlassen, denn man weiß ja nie, wo hier noch Zombies rumstehen. Und wenn ein Zombie hier mal so einen Dorfbewohner gefressen hat, dann wird er auch zum Zombie. Und dann sind zwei Zombies da und die, ja und so weiter und so fort. Muss ja nicht sein. So. So, 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 so. Und hier unser kleiner Wald. Der NPC-Wald, den wir da angelegt hatten. Aber so weit sieht es gut aus. Keine Zombies. Sehr schön. Da freuen sich auch die NPCs. Hier noch ein paar Eier rumlegen, die wir nicht gebrauchen können, weil wir einfach mal so massig vollgepackt sind mit Steinen. Was auch wiederum eine gute Sache ist, denn die Steine wollen wir ja auch verbrauchen. Ja, wir haben die Steine ja nicht nur einfach des Habenswillens, sondern wir bauen solche monumentalen Bauwerke hier wie die Zwei Türme oder andere Sachen. Und die Hundestatue ist auch so. Gut, das ist, ja, das arme Hundi. Aber wir gedenken dem Hundi, was beim Bau der Fahne zur Weltmeisterschaft, das hängt irgendwie alles zusammen. Was haben die Illuminaten damit zu tun, stelle ich gerade fest. Das alles und noch viel mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen und sage, hau's rein und ciao, ciao. Gamescom. Tschüss.